Ja, meine Fußballfreunde, ich liege hier im Bett und werde gleich operiert, also mit meinen Videos wird das noch ein bisschen dauern, aber ihr wisst ja, ich hau wieder einen raus und wie ich wieder auf den Füßen bin, alles klar, Peter wünsche euch alles Gute und bleibt immer schön meine Abonnenten, alles klar, tschüssi, nur der HSV, tschüss.